Das ist seine Kamera und der Filmkrieg ist cool, das er macht, um dann hinterher zu analysieren. Er ist da sehr gründlich, hier wird es geduldet, von TV Hyppolstein, seit heute die neue Nummer 1. Und da hat er sich systematisch hochgehandelt in der Rangliste und das hat wirklich verdient. 2-0, er hat also Matchball und auch das ist ein Zeichen seiner professionellen Einstellung, er nimmt die Auszeit. Klarer Fall. Es coacht der Mann, der nicht an die Pereira scheinen kann, weil der ist in Amerika. Ich habe es geschafft, ihn heute den ganzen Tag als Zeichen vorzustellen. Mea culpa. Ich habe mich schon bei ihm entschuldigt, er nimmt das eher locker. Ich habe es geschafft, er sieht aus Ausoit zu sein. Aber ich habe es geschafft, aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, dass das nicht so gut aussieht und es ist die Zeit nicht so gut aussieht.